Genau, wir machen heute ein bisschen random-teams hier, ne? Die Stars Ananas. Ah. Äh, einfach ein bisschen hier mit randoms, während nicht auf die... Also ich werde wahrscheinlich nicht auf die Kommentare eingehen, während wir in einer Runde sind. So ein bisschen... Ist so ein bisschen ablenkend. Ja. Oh, guck mal, da hat er ein paar D-iponiert oder was anderes. Ne? 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 Wie das auch sehen könnt, wir spielen den neuen Lava-Modus, der ja früher schon mal drin war und jetzt sozusagen einfach nur noch mal drin ist in schlechter. So können die das ungefähr sehen. Und der anders heißt. Ja. Der Unterschied ist jetzt einfach nur, dass das Miras Lava... Lava... Ich glaube die reden auch. Ne, die reden. Ne, doch die reden. Geil. Ich muss aber erstmal hier, weißt du... Ich muss erstmal in die Runde beginnt. Jetzt müssen wir erstmal noch hier so Schilly Millie machen. So. Moin Moin Alphamax. Moin Moin Diaguali. Ich hab den Namen wieder falsch ausgesprochen. Tut mir leid dafür, aber ich weiß nicht wie man den richtig ausspricht. Und Moin Moin Kokanova. Ja, bei mir geht nicht viel. Wir müssen ein random Team zocken. So. Jetzt muss ich aber hier so wieder rein. So. Hallo. Ah. Kann ja doch einer reden. Warte. Warte. Hallo. Hallo. Ich merke schon. Das Mikro, das ist nicht aus dem neuesten. Auf dem neuesten Stand. Das ist so ein China-Job. Ja. Die Leitung ist gar... Hallo. Ist die Leitung unterbrochen? Warum reden die jetzt nicht? Hoi, hallo. Ah, hallo. 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 Ihr Name ist Abdelhajiz. Auf jeden Fall. Zulnitz, also. Hier, hier. Kannst du dich als Engelser? Ich bin... Ich bin nigger. Ah, okay. Was hat er gesagt? Du bist Saudi-Arabia? Was? Ich bin Saudi-Arabia. Ja. Ich bin Saudi-Arabia. Ja, ja, ja. Ja, nigger, ja. G ihr Vaccine? Ja, ja, ich bin Deutschland. Ja, ne, ich bin Deutschland. Oh, okay. Oh mein Gott, Baaah. Aber wer ist denn jetzt hier reingekommen in die Gruppe? Wir essen uns alles. Snacks? Wer ist denn Snacks? Keine Ahnung, Tom ist glaub ich auch reingekommen, oder? Nee, ist das Tom? Er ist schwul. Ja, er ist leider schwul. Er ist leider schwul. Tatsächlich. So komisch sich das noch anhört. Tatsächlich. Hello. Do you hear me now? Mhm. Der ist weg, ne? Ah, der ist schon weg? Ja. Mein Gott. Der hat ja lange ausgehalten mit mir. Biss ich, Julian. Ich hab das noch nie gesehen, wie das aufgeht. Leute, das war natürlich nur Spaß gewesen. Ist natürlich nicht gay. Wie sieht der aus? Wenn der gay wäre, würde ich mit Sicherheit zu 100% nicht mit dem live sein. Um Gottes willen, das würde ich mir nicht anzunehmen. Muss ich einfach mal so sagen. Wenn ich hier unten in so einem Bunker drin bin, erreicht mich die Lava dann eigentlich? Wenn ich hier unten in dem Bunker drin bin. Ach so, ob die... Na, stimmt. Ah, warte mal. Was ist denn hier? Ja, doch safe, oder? Aber ich frag mich, ob die dann einfach aus dem Boden kommt. Ich teste das jetzt. Das ist so langweilig. Ja, wir müssen auch mal wieder hier auf dem Wheelen drauf gehen, ne? Ja, das müssen wir auch mal wieder machen, aber... Ja, ich war jetzt auch krank gewesen. Und ich hatte Konfi-Wochenende und dann bin ich eher krank gewesen. Also... Ich war bis Donnerstag krank gewesen. Deswegen konnte ich auch nichts hochladen. Ich war nur zuhause im Bett am liegen. Lass mal da vorne hingehen, da sind Gegner. Ich würde jetzt gucken, ob die Lava hier reinkommt. Ja, das kannst du auch gerne machen. Ich guck mir mal die Gegner da vorne an. Alles klar. Ja, das Gute ist jetzt... Wir haben Ferien, Leute. Dann ist das Gute, ne? Und das heißt, ihr wisst, was ich gesagt habe, ne? Wir werden unter anderem halt, ne? Das mit dem Beaten machen. Ja, ich bin wieder weg. Tut mir leid, sorry. Ich hab vergessen, dass die Stadt euch gehört. Jetzt sind hier wieder die Besten. Da gibt mir direkt einen Snipe ab. Naja, aber ihr wisst, was wir gesagt haben. Das heißt... Was hast du gesagt? Mit dem 24 Stunden. Das machen wir. Das sind frühe Diabiten. Da suchen wir so zwei, drei, vier Mann aus der Community raus. Da könnt ihr einfach sagen, wer mitmachen will oder nicht. Ich müsste nur gucken. Also jetzt, das Wochenende ist schwierig. Ich hab jetzt am Montag hab ich keine Zeit. Am Dienstag, Donnerstag hab ich keine Zeit. Ich hab morgen und übermorgen keine Zeit. Das heißt, wir könnten das vielleicht auch von nächste Woche Samstag auf Sonntag machen. Er hätte wie so nicht einfach mal ein bisschen warten können. Jetzt will ich dann... Ne, ich bleib jetzt hier im Sturm. Das ist mir egal. Also das ist die Ehrlichkeit mitge... Wow, Digga, was ist das denn da hinten, Junge? Der hat ja schnell... Der hat ja lange übernett. Lass mal ein bisschen hier wieder einspielen, solange kein Fortnite mehr gespielt. Jetzt hab ich auch keine Metzen. Oh, ich hab ihn, Digga! Wow, geil! Sehr stark. Voll nice. So, dann gucken wir jetzt mal hier, was noch so alles geschrieben wurde. Ich spiele morgen Laser-Tag. Okay, das bockt. Doch, lass die beiden auch so komisch. Äh, was ist? Du hast deine Beine da auch so komisch. Wie, wie meinst du das komisch? Ja, so, äh, angewinkelt oder nicht? Äh, hä? Wie ange... äh... Bei mir ist einer, ne? Wo bist du denn? Flieg doch einfach weg! Ja, ich bin dead. Und geboost. Ja. Ja, okay. Ja, okay! Äh, hier sind wieder alles! Was ist das für ein Mensch? Okay! Ich werde von fünf Seiten oder so... Wenn alles geht jetzt? Ja, weil da noch welche waren. Hm, da kommen noch welche. Ich glaub, ich wär sonst entkommen. Aber egal. Das passt schon. Ah, fast... fast fertig! So, dann... Dreh Lobby! Lass einmal Lobby! Lass einmal Lobby! Ja, lass einmal Lobby! Genau. Erstmal hier einmal kurz Chat nehmen, so dies, das und anders. So, was ist... Wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Weiß ich nicht! Wer ist... wer ist... Wer ist Aria? Ja. Janis? Da, Gripa! Ich bin da, Gripa! Ach! Tatsächlich? Nein! Nee, natürlich! Ah, okay! Haben die von allein verlassen oder aus dem League gekickt? Also nicht! Wollten glaub ich nicht mit uns schrien. Das war einfach... das war... Jetzt hast du mich zum Gruppenanführer gemacht! Ah, weiß ich auch nicht, weil ich außerdem oft aus... Ja, egal! Ich hab dich hier zum Gruppenanführer gemacht! Ah! Mann, ey! Wird noch eine Runde mit den Spielpennen oder was? Nee, da hätten wir ja keine lustigen Leute gefunden! Ah, okay! Achso... Ja, jetzt geht's mir wieder besser, Samuel! Wie geht's dir so? Dank für die Nachfrage! Gruppeneinadung von Janis! Ja, egal! Heute geht nicht! Wir müssen morgen machen wir Abo zocken! Oder generell Teamsrunden... Da... Da... Machen wir das! Weil heute ist blöd! Heute wollten wir mal ein bisschen über einen Team zocken! Auf jeden Fall nicht! So, Luca! Erstmal guten Abend! Und... Äh... Aber dein Sohn... Äh... Mein... Äh... Dein Sohn bin ich jetzt nicht! Würde ich mal sagen! Wann? Was glaubst du da? Ne, guck! Schreib rein! Hey, mein Sohn! Wer? Ja, Luca! Luca! Ich ja Luca! Keine Ahnung! Luca Lange! Aha! Genau! Ihr könnt alle gerne ein Like da lassen! Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen! Äh... Müssen wir noch einen Tag überlegen, wo wir den Full Diabit machen, um welchen Member wir dann dafür nehmen, ne? Ja! Warte doch mal kurz sehen! Kannst jetzt schon mal gehen! Alles gut! Uns sind sowieso noch keine Leute in der Lobby! Wir haben dich öffentlich gestellt! Lass halt raus! Ah... Ich... Lass die Runde spielen! Lob mich! Ja, aber wir haben dich öffentlich gestellt! Ja, ja! Lass einfach die Runde einmal spielen! Ob das passt! Wir machen morgen, Dennis! Morgen machen wir einfach Teamsrunden! Da könnt ihr gerne mitmachen! Da könnt ihr gerne ein paar Stunden mitspielen! Machen wir einfach so lange, bis ihr keinen Bock mehr habt! Oder bis ihr los müsst! Machen wir einfach nach unserem Fußballspiel! Ich häng mir jetzt seit dem Morgen auch da! Denk ich mal! Also geh ich mal sehr stark von aus! Dann können... Dann lass einfach morgen zocken! Heute wollten wir ein bisschen Well-Im-Teams-Spiel! Aber wenn wir jetzt gerade nicht öffentlich machen! Ah... Das kommt tatsächlich der Fehler! No, das war so schlecht! Dennis, das ist ein guter Fortnite-Spieler! Oh, okay! Ja, was ist denn los, Abendl? Ja, da hat er auch noch eine Waffe, Digga! Du kannst... Sucht er sich noch einen Tanz raus! Hat er aber nicht gefunden! Ja, woher wusste der, dass ich da bin? Aber egal! Einfach Lobby gehen! Du musst ja nochmal lobbyen! Passt! Ja! Eine Runde soll zu sowieso schnell! Ich hab jetzt auch gar nicht reingespitzt oder so! Sondern ich bin einfach direkt drauf und fertig! Werten auffüllen! Es ist einfach keiner reingekommen, wenn keiner spielt oder so! Ja, okay! Technisches Problem! Passiert! Kann ja auch sein! Okay, das ist natürlich blöd, Felix! Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas nochmal machen! Dann könntest du safe dabei sein! Aber... Na gut! Wenn es so ist, dann kannst du natürlich... Wahrscheinlich dann... Nicht mitmachen! Black später vielleicht... Tropic kommt auf den Wheel! Ja, sag einfach... Schreib einfach den Namen rein! Oder so! Dann war ich da vorhin schon mal ein Screenshot! Und dann gehe ich hier einfach... Wenn ich hier live beende... Dann gehe ich am Ende einfach nochmal den Wheel rein! Und dann tue ich nochmal hinzufügen! Also die Person! Das ist kein Problem! Wenn da irgendwelche Leute mitmachen wollen oder so! Einfach sagen! Ach so! Junko meinst du! So Junko, da kommt sie später auf den Mielen drauf! Ist hier gerade die Frage! Ja, der denkt man schon, ne? Ja, der denkt man schon immer! Vielleicht... Vielleicht war er ja auch sogar schon drauf nach dem Mielen oder eine Base gebaut! Wer fragt das? Was? Wer fragt das? Das fragt Alphamax! Der nicht... Kennst du mich? Alphamax! Ist grad bei mir im Chat! Kennst du mich? Den kennst du auf jeden Fall! Ja! 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 Es ist wieder keiner! Geil! Engal! Kann ja wieder was werden! So lass einfach mal hier! Nach unten direkt einfach! Ja! 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 Das ist ne geiler Stream! Also ganz ehrlich! Atmosphäre ist top! Im Hinsehr der Grund dessen musik! Ach! So! Dann gehen wir aufbereit! Let's go der soak! xd was ist xd? so xd verstehst du? nee ich glaub xd sag mal hat er nur xd geschrieben? ja ja das heißt du jetzt kommst nein das heißt es jetzt nicht, vergiss einfach so die schrecken das ist jetzt von dem du erklärst was ist eigentlich so warte mal jetzt nee ach okay boah ich dacht grad schon ich le- ich tu nur Marlon lesen ich glaub doch Marlon ist so ne Künstlernamen von Tom oder? nee Milan ah Milan genau guck wir müssen mehr Kontakt zu geben deswegen kennt sich da das aus und so guck mal ist wieder keiner, Spielkanal egal dass wir reingehen so vielleicht haben wir hier welche aber einer war grad irgendwie ganz kurz nee bei mir nicht ganz kurz kann doch einfach sein dass ich einfach zu nett bin ja guck doch guck doch guck doch jetzt ist einer rin Hallo moin moin tax ja ganz gut und ihnen bekommst du aus der schweiz oder aus österreich eigentlich nicht da scheiße ich dachte eigentlich reißen eigentlich ich dachte kurz ich hab einen akzent raus gehört aber wahrscheinlich doch nicht ja ich bin wieder dead ne ich kann eigentlich die runde schon wieder ich schnapp mir einfach die flügel damit ich abhauen kann ich hab ne küsse vielleicht schaue ich das so wow digga der chillt hier du Hurensohn ja wow digga der husten war immer ne Runde das ist ein Russe nein haha digga mega aggresive Wurzeln am Start cool digga ist auch nur Spaß ey aber ehrlich ne jede Runde man landet und spielt einfach direkt jede Runde ist auch nicht mehr geil ne weißt du ich wollte gerade eben hier so ein paar Gespräche führen ne wenn ich direkt beleidigt ne geht der gar nicht mein gott ist das hier wieder ein Spiel ey ach ihr seid schon alle da oder? ja alle ist das nicht geil dann ist schon wieder hier ne ach redest doch mal ein bisschen ja ist doch klar jetzt wollen wir auch nichts mehr reden tschüss 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 Ah, er hört mich noch? Ja. Perfekt. Ist das geil, ey. Ist das geil. Astrein. Der war aber sympathisch. Ja, der war sympathisch. Der hätte gerne mal eine Runde gespielt. Der war sympathisch. Auch wenn er beleidigt hat. Egal, bei YouTube ist natürlich mal die eine oder andere Sache. Das Schöne ist da. Ich hab dich gar nicht mehr einbekommen, als du das gerade gesagt hast. Ja. Na gut, sorry. So, moin moin Alexander. Neue Runde, neues Glück, ne? Schauen wir mal, was wird. Dann gehen wir mal hier, Spielkanal. Markus Rühl. Oh, jetzt müssen wir uns aber festhalten, du. Aber wenn der redet, hör mal, dann geht's dir aber richtig rund in dem Spielshed. Ja. Vielleicht ist er ein Nebenbei, wo er am Spielen ist, du drauf pumpen. Man weiß auch nicht. Der kann ja immer fragen, wenn der reinkommt. Ja, ja. Aber der ist schon cool. Na gut, wenn man ja eigentlich im Sand ist, tut man eigentlich Sprechen. Boah. Ist das schwer. Aber ich fühle. Ich würde mich ja ein bisschen motivieren. Ist das schreckst du? Komm, wir holen noch einen. Einen redet auch. Für Fortnite. Ey, aber so ein Markus Rühl, ne, hier in Fortnite wäre schon ein Scheiß. Den könntest du immer treffen, denn der ist ja viel zu breit. So ein Schexer. Das wäre dann schon. Ja. Hättest du schon fett nachgebracht. Aber Hutus ist doch genauso einer, ey. Ja. Aber jetzt ist die Frage, dann wäre es breiter gebaut so, ne? Hutus oder irgendein Kollege. Ja, Rühle. Das ist keine Waffe. Jawohl. Er wird sich so ärgern, weil sonst ich immer die Person bin, die direkt stirbt. Auf jeden Fall. Und der hat dann gewifft, aber er hat sich nicht getraut zu gewifft. Was war eigentlich? Das ist völlig egal, ob jemand stirbt. Der andere Team-Mate, der rennt dann einfach weg, weil du kriegst doch die Karte so oder so. Ja, eben. Tim, Tim, Tim! Erzähl mal wie, erzähl mal wie. Ach, du bist dead? Erzähl mal wie. Ja, nee, komm, lass leften. Lass einfach... Achso. Lass einfach... ...globby leften. Achso. Lass einfach verlassen. Lass einfach verlassen. Was ist das hier jetzt? Was ist das? Tja, ist das ein Zünn hier, Alter. Ey. Das sind heute coolste Runden, damit ihr mehr Leute kennenlernen können. Checkt ihr? Zum Beispiel hat er jetzt auch Markus Röhl kennengelernt, den hättet ihr sonst nicht kennenlernen können. Hättet ihr ihn nicht kennengelernt, vielleicht kennt ihr manche nicht, jetzt kennt ihr den. Ein breit gebauter Typ ist das. Ey, das wäre so geil, wenn der einer im Hintergrund so pumpen wäre. Ja. Ich kann den Hintergrund pumpen. Was macht der da im Hintergrund? Ich kann den Hintergrund pumpen, ich hab's mal hier in der Hand der Bank. Soll ich pumpen, ey? Das wäre, glaube ich, nicht so gut, oder? Nein. Für die Gelenke? Für die Gelenke weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist doch gut. Hier ein bisschen Laufbau-Training. Ein bisschen... Ein bisschen Guardiotraining, oder was? Hier, da bin ich's denn hier. Pump dir die Muskeln voll. Ja, müssen die Zuschauer sich eigentlich denken? Ja, keine Ahnung. Weiß da einer? Warte mal. Ja. Guck mal, die sind schon wieder in Party. Das sieht man. An den... Ah, guck mal, guck mal, da waren sie kurz. Nein, 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 nein. Da waren sie kurz. Guck mal, lass, 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 lass gehen. Yo, hallo. No, I can't speak Germany. I can't speak Germany, man. Kurze Frage, wie alt bist du? Ich bin 10. Lava, kein. Ich sprich besser Englisch als mein Ur-Opa, Alter. Mein Muttersprach ist Englisch. Ja, okay, das ist ehrlich. Kommst du aus Amerika, oder was? W-a-da? Aus Österreich. Was ist da? Aus Österreich. Nein, der andere. Der andere, der hat irgendwelche Probleme. Ah, der andere? Nein, der ist Autist. Wie geht's euch? Ah, der ist Autist? Okay. Ja, der ist Autist. Dann hör ich auf zu. Da sind ja schon drei in der Ur-Opa. Mein Gott. Boah, doch. Boah. Doch. Ich muss sich entschuldigen für ihn drin. Das ist kein Problem, ja? Mit der Krankheit kann man nichts. Nein, das ist auch nicht witzig. Das ist ehrlich, das ist schade. Er hat so ein, 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 er hat so ein Egon-Syndrom. Ist das, was du mich gerade? Ist das, was du mich gerade? Ist das, ist das, ist das dein Kumpel? Ein Bruder? Das ist mein Schatz. Der Jod-Fehl-Dinkel. Samerich. Wer ist das? Aber der hat Autismus. Der ist doch egal. Ja, das ist doch egal. Wie lange am menschlichen Verstand hat, ist so alles tot. Redet mal vernünftig, ja? Wie redet ihr? Was? Was? Du musst mich gerade sagen. Jona? Also, sorry. Jo, simple, simple, hat einen kleinen Schwimpel. Ich heiße nicht, ja, sonke. Ich habe mich. Hame, Hame! Nur schreien wir nicht, Alter. Sorry, sorry, Chef. Schreibt er mich an? Boah. Sorry. Vielleicht passiert noch was im Hintergrund. Ja, ehrlich, Alter. Aber push da mal nicht auf, weil der kriegt sich da nicht mehr ein. Kommst du klar? Ja. Boah, sorry. Mut, aber leider. Das ist aber gespielt. Das kommt gar nicht mehr klar, Alter. Das ist gespielt. Das ist gespielt. Das ist die erste Runde, die mir schnell vorbeigeht. Dabei wünsche ich es mir, dass die Runde schnell vorbeigeht. Das ist krass. Warte, moin, moin. Joa, du Pupi. Wurde ich dir scheiße erzogen, oder warum redet ihr so was? Na, hallo, freut mich. Na gut, wer sagt, vielleicht haben die keine Eltern, ne? Also, vielleicht wurden die adoptiert oder so. Weiß man ja nicht. Ich hab Eltern, Eltern. Ich hab auch Eltern. Dann würde ich mir so sehr, sehr falsch erzogen. Warum redet ihr dann so, Alter? Ja, ich hab schon drei Kinder, Junge. Redet ihr von mir. Nur drei? Du bist ja nicht mehr ein, Alter. Immer auf die Eier. Doch, ich bin die Kinder, gellig. Was willst du? Ich bin distant. Ja, ich bin dead, ich bin dead. Ah, ich hab doch gar Angst. So, ich bin die zweite Nikita. Ich bin selten, Digger. Nein, er ist dead, Vater. Ach, du, er ist dead. Ich geh durch, ruhig. Oh, Mann, okay, mir. Ruhig bleiben hier. Nur eine Sekunde, Alter. Könnt ihr nicht warten? Ehrlich? Ehrlich? Ich geh jetzt auch ein paar wieder hin. Jetzt kommen die direkt, oder wie? Na, Pulle wieder, weil ich bin. Ist da jeder der Mitarbeiter, der uns an der Boxen hat, oder? Ich will mich hier übel zoppeln. Ist er da das KiKat-Set? Ist die Gruppe nicht privat, oder wieso können wir all? Keine Ahnung, ja. Weiß nicht. Ja,หauplau. so ist dein name du blöde Co kann man nur so besinnert sein so jetzt gehen wir einfach ganz aggressiv wieder drauf um dann direkt wieder zu sterben ja du Mülliger ja es gibt doch die Geburt mann die Geburt das weiß ich nicht ich muss mir später dafür danken was schreist du denn so könnte zu kriegen und zu liebigen gehen danke lieber weiß ich nicht mehr Benno Tim und hat er dich lesen? er hat account mit seinem Bruder gemacht der eine ist Tim und er ist Ben ne wer heißt du? ja ich heiße er ist Tim und Ben und der hat zwei Namen alter jetzt ist es zu spät jetzt ist es zu spät jetzt ist es zu spät jetzt wird zu spät sein jetzt wird zu spät sein ich werde abbrechen und du bist ein schlauer das schafft er du bist ein schlauer du bist ein schlauer du bist ein schlauer lass dich einfach sterben mach mal so triple edits nee lass mal du sprich mal für die laber jungen ja soll ich? ja man crank mal ja wo crankt der voll ja warte ich geh den jetzt einfach da hinten pushen du bist kacke mach mal so double edits ne reise keinen der lebt noch im 2-1 tigger blind ja definitiv Digger dort kommt mir vor als er nicht mit Tockenspiel junger noch schöner ist das hier einfach in die Lava springen naja guter Call sterben du bist doch kacke ehrlich Jonas macht er die Arbeiter da sieht man mal wieder ein Beispiel von einer schlechten Erziehung Halt der Maul, Digga Wie bitte? Halt der Maul, Digga Wenn meine Kinder so werden, Junge, dann will ich den Abschieben, Junge Ja, ich brauche, deine Kinder werden du, Alter Abschieben, das scheiß Papier Nein, hätte ich gesagt, ich will nicht, dass deine Kinder seinen Vater haben Ja, okay, dann werden deine Kinder hat wie Franz Peter Uwe, Digga der erst mit fünf Prozent ein Handy bekommt und 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 berichtige Almonen und berichtige Almonen fernsehfrei erzogen wird man vor Ort an der anderen die Läuße der Hände und so wie äh, kam dann sie ein Jahr Egal, na gut wenn man mit sieben Jahren Ist das traurig? Ja das war richtig traurig Wir hättet, wir haben mich ein-mal den Mund gehalten nicht ein einziges Mal Egal, wir machen jetzt etwas Was machen wir jetzt? Wenn wir nochmal gleich auf irgendwelchen Asylanten kommen, schreibt einfach irgendwas im Chat, was wir zu denen sagen sollen, dann sagen wir denen das. Schreibt einfach das genau so rein, wie wir das sagen sollen und dann... Auch wenn da das H-Wort drin steht. Ja, auch wenn das H-Wort drin steht. Scheißegal, wir hauen hier auch ein Bann rein, Junge, das ist mir sowas wie egal. Wir hauen hier ein Bann rein. Bei solchen Leuten gehen wir richtig auf die Eier. Ich werde dann halt einfach sagen, du hünen so und so, schickst du? Oder du Hustensohn, so einfach. Aber wir versprechen uns einfach. Ja. Oder sagst einfach, ich muss husten, du Sohn. Aber das, das muss man ja sagen, da bin ich froh, dass hier die ganzen Leute, die im Live-Zoom sind, dass ihr alle hier Respekt habt. Wir sind alle immer Party. Ja, komm, trotzdem, Mama. Ich verschieße auch nicht. Die können alle nicht reden, Junge. Aber die einen, das war schon ehrlich, das war schon assi, ne? Ich weiß auch nicht, was da war falsch gelaufen. Der eine, der war auch nicht krank, ehrlich gesagt. Der war nicht krank. Ey, das sind so Leute, das sind so Kinder, das sind so Kinder, die übelst viele Aufmerksamkeit haben wollen. Übelst. Und außerdem ist das auch nicht witzig, stell euch vor, ihr hättet wirklich diese Krankheit so, checkt ihr es? Ja, das ist klar, aber Junge, das ist einfach nur bei denen so Aufmerksamkeit. Ja. Schreit ihr da im Hintergrund rum. Ah, wegen der ist da, oder? Die haben ADHS haben die. Das ist Aufmerksamkeitsstörung. Die können klar denken und so alles, aber haben halt ne Aufmerksamkeitsstörung. Das ist ehrlich so. Aber egal. Aber wolltest du mir sagen, dass der klar denken konnte? Ja, doch. Die konnten schon klar denken, aber die... Die konnten Fortnite nicht. Ja. Mehr konnten die nicht. Das sind so Kinder, die bomben einen in der Schule, wenn man scheiß ein Fortnite ist. Wenn es was überhaupt gibt. So. Ja, kannst du machen. Mit manchen tue ich ab und zu immer auch spielen, ne? Also wenn du möchtest, kannst du das gerne machen. Da können wir auch mal ein bisschen spielen. Erste Waffe? Abengi war gerade drin. Das ist auch einer von früher. Damit geht es gleich auf. Perfekt. Schau mal eingefallen. Oh, ich. Ohne sich. Schade, dass die nicht... Hier, ähm... Spielkanal kommen. Aber egal. Wir wissen nicht, wie das geht. Aber die haben auch nicht mal... Die haben auch nicht mal Headset eingeschlossen. Egal. Geht, ne? Ja, Samuel, genau so sollte das ja auch sein, dass man auch mit zehn Jahren schon beigebracht bekommt, solche Wörter auf gar keinen Fall zu sagen. Aber na gut. Das ist was anderes, wenn man mit irgendwem Beef hat, aber... Wenn man eine fremde Person zutrifft, die einem nichts getan hat, finde ich das schon ziemlich respektlos und ziemlich erziehungslos, wie man direkt so am Beleidigen ist. Auch wenn mir persönlich das nichts ausmacht, wenn mich irgendwelche kleinen Kinder mich beleidigen, aber trotzdem... Finde ich das trotzdem so an sich nicht witzig, also gar nicht witzig. Wenn man schon mit so jemanden hat, mein Dad gesagt, der ist 13 und ist schon nur am Beleidigen. Das ist eigentlich traurig, ist das. Finde ich ehrlich. Na gut, was willst du machen. Kannst du mitmachen. Weißt du, bei solchen Leuten, die jetzt wieder nicht reden, ne? Ja. Ey, ich denk mir so... Einfach rausgehen, Junge. Das ist genauso, wie wenn die Duo spielen, oder so, was? Hm. Jomuka, entweder du wirst noch krank, oder du warst krank, oder du warst leicht erkältet. Was ist es? Wieso das denn? Du wirst dich krank an, als setzt es dir mit Zünder aus. Das ist im Spiel, das ist immer so, im Spielkanal. Ja? Ja, ich schwöre. Hört ihr mich anders im Chat? Hört ihr mich anders? Oder hört ihr mich so... Ja, man, also... Hört ihr mich auch ganz anders? Ja? Ja. Da vorne ist ein Gegner, dann lass doch mal hin. Oder du bildest dir das gerade ein. Ja, aber ist auch top, einfach, Max. Vielleicht ist das das Zeichen, dass du auch anfangen solltest. Vielleicht ist das ein Zeichen, das du auch anfangen solltest. Weil das ist es natürlich nicht. Es hat gesagt, der ist nichts tun, da da sieben August gemacht, vielleicht ein Zeichner anzufangen. 100%ig. So, lass sie mal auf alle hin, alle Mann. Okay. Hast du den da hinten, oder? Okay, ja. Ich bin hier zum Blödsinn fliehen. Ey. Okay. Ja. Ja. Ach, schau. Wollte auch nicht zunahmen. Nein, ich würde das nicht... Ah, der Bunker ist da zu. Oder er geht gar nicht auf, oder so. Keine Ahnung. Ich bin so scheiße ein Baum geworden. Das ist so kacke. Ah, der Bunker ist da zu. Oder er geht gar nicht auf, oder so. Ach, du da. Geh doch weg da! Geh doch weg da! Scheiße. Nein! Nein, ich kann hier mit. Ah, da ist ja noch einer, ja? Ja, wir wurden komplett gezentwicht. Da muss doch scheiße, wenn die Teammates nicht reden. Das ist blöd. Das ist ehrlich blöd. Aber egal. Mir macht das über richtig krass viel Spaß. Weißt du, es gibt doch so ganz viele, die machen das Mikro nicht rein und nicht machen das Mikro rein und einfach zu sagen, die sind scheiße. Und dann sind halt die jene, die direkt als erstes gestorben sind. Ey, das macht eigentlich übelst Bock, einfach so unendem Team zu gehen mit Leuten zu sprechen. Bin ich ehrlich. Das macht Spaß. Hot Rod. Okay, das stimmt auch Kokanora, ne? Aber ich meine, Kokanora, man sollte sich auch nicht alles gefallen lassen, ne? Das kommt halt auch noch dazu, ne? Wenn man nicht drauf eingeht, dann bekommen sie keine Aufmerksamkeit. Wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen, hören sie auf. Das ist natürlich auch klar. Man muss das System natürlich verstehen. Hast du schon recht? Da steckt keine Logik hinter. Am besten sollte man solchen Kindern erst recht gar keine Aufmerksamkeit geben. Gar keine. Gar nicht ansprechen, so wie du es gesagt hast. Weil, wenn du die schon ansprichst, kannst du dann schon zu Beleidigungen führen und Beleidigungen. Wenn du dann darauf reagierst, dann ist es wie ein unendliches Kreis. Alter, voll erschrocken, Junge. Was macht der da im Hintergrund? Ruhig dich mal. Das sind wahrscheinlich auch Kinder, die im Unterricht einfach nur im Handy sind. Das ist eine Scheiße, Mama. So, dass die Lehrer auch keinen Bock mehr auf ihren Job haben. Dann keine Ahnung. Das hat dann auch nichts mit Allmann zu tun. Wenn man sich vernünftig verhalten tut oder nicht so abgehoben ist wie die Person. Wo ist ein? Wo ist ein? Wo ist ein? Ah, keine Ahnung. Ich glaub, die Person wüsste auch gar nicht, was ein Allmann ist. Wer denn? Die eine Person, die gesagt hat, du willst ein Kind wie ein Allmann erziehen, so schlecht. Ich glaub, die wusste gar nicht, was ein Allmann ist. Eine Person. Das ist ein Kind, was so am Beleidigen war. So, jetzt erstmal hier. Die sprechen auf jeden Fall. Ja. Hallo? Ja. Schalke ist besser. Schalke ist die Macht. Schalke auf die Eins. Ey, aber ehrlich. Ehrlich. Glöpbach auf die Eins. Glöpbach auf die Eins. Schalke auf die Zwei. Nein. Big Bok auf die Eins. Und seid ihr so Bier-Trinker? Auf jeden Fall. Ich hab richtig. Was für 13, Alter. 23. Der eine ist 16, der eine ist 23. Wenn du. Ich hab' keine Lust wie dir den Gegner zu holen. Digger. Ehrlich. Ich hab' mich grad gewundert. Okay. Keine Waffe. Einer in Luftsnipe. Einer in Luftsnipe. Einer in Luftsnipe. Keine Waffe. Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Was ist das? Ich bin da. Ich bin da. Oh, grep! Wf? Ich bin da. Oh, oh. Wf? Ja, warte, fack, das geht schon ab. Das ist krass. Hä? Hä? Äh, mehrmal lang. Ey, warte, ich gucke mir das weg, ich muss was machen. Ja, was geht? Ja, was geht? Ja, ihr Schmerz, man hat mich selten. Hey, ich sei den Herrn. Da sind viele Leute gerade bei mir. Einfach scheiße, das ist wie scheiß Waffe, ey. Ich würde schon geblieben. Aber ein ist neu. Bei dir sind viele schon, oder? Warte. Na, warte. 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 Alter, war das, glaube ich, schon wieder. Ey, ey, Jungs, Jungs. Hört ihr mich? Ja, hören wir denn, ja klar. Hier dringend ist einer. Vielleicht mit der Jungs zurückholen könnten wir sagen, ich bin auf, ja. Was soll man denn sagen? Sag mir einfach, ich bin auf, okay? Oh, wie ein Dach. Ich muss auf, ich muss auf, ich muss auf, ich muss auf. Ich muss kurz was kaufen gehen. Jetzt? Ja, ich komme aber direkt. Das ist auch wieder. Da. Komm, 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 komm. Nein, es ist so schlecht. Ihr kennt einfach oben. Ich dachte, ihr kennt unten. Wieder so ein Dreckscamper. Oh, Junge, Alter, voll die Scheiße, ey. Oh, die Scheiße, ey. Oh, die Scheiße, ey. Oh, die Scheiße, ey. Was, Park? Los, go. Los, ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh, ich geh. Ich geh, ich geh. Immer, egal in welcher Stadt, man muss immer direkt rumgehen. Ja. Ich spiele gleich Fortnite. Kannst du nichts machen, Robert. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot. Mein Freund ist einkaufen. In der Runde, oder? Wie schlecht ist der? In der Runde, du gehst einkaufen, Robert. Ja. Wie willst du das für ein Typ, Junge? Nein. Okay, laut rein, ja? Ja. 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 Ja, laut rein, Babygirls. Das ist halt auch die 1, was. Das war immer wieder eine Runde, ey. Mein Gott, ey. Hab die gar nicht richtig verstanden, ey. Der eine war total laut bei mir, ne? Der eine hat immer zwischen den 10, oder was? Ja, na gut. Was ist euer Lieblingsessen Top 3? Was ist euer Lieblingsessen Top 3? Döner? Lasagne? Hehehe. Samuel, Blacks können wir morgen vor den Saschen gehen. Ja, können wir machen, Samuel. Müsste gucken, wann. Vielleicht morgens, vielleicht. Aber auch erst so um irgendwie 17.30 Uhr. Oder 18.30 Uhr oder so, wenn man das Spiel zu enden ist. Oder um 3 Uhr morgens. Über um 3 Uhr morgens. Ich hab auch irgendwie übelst Bock, ne? Wo drauf? Ich hab auch übelst Bock. Irgendwie mal so ein paar 24 Stunden Lives jetzt in den Osterferien zu machen. Ein paar 24, ja? Ja, so 2 bis 3. Ich will auch nicht übertreiben. Schopfen wir erstmal ein, Junge. Stimmt, wir haben ja noch nie einen geschafft. Hast auch recht. Ja. Also, ich sag dir ganz ehrlich, heute wird bei mir nicht lange, ne? Alter, ich bin seit 4 Uhr wach, Alter. Mal ohne so lange. 23 Uhr mach ich so. Spielkanal, aber sofort. Ja. Hallo. 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 Ja. Hallo. Hallo. Hallo, what's up, man? Was ist denn da hinten? Okay, das ist kein Engländer. Wer ist deutscher. Hallo? Hallo? Was sind da hinten? Gibt's da was umsonst? Nein, das ist nicht ein, oder? Nein. Das ist hier, oder? Oh, nein. Was? What? What are you doing, man? Ich hab immer noch nicht... Sag mal ruhig, ich versteh dich nicht. Wiederhol das mal. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ich hab immer noch nicht herausgefunden, irgendwelche Sprache, der uns gar nicht was sagen will. Das hört sich irgendwie sehr russisch an. Das ist Impulse, oder? Oh, ja. Ja, das hört sich sehr russisch an. Oder ukrainisch, oder so. Nein. Was heißt denn, hallo auf Russisch? Also, hallo auf Russisch? Keine Ahnung. Geil. Reviert, oder? Noch. Jörpräsident Lamia? Oh, genau. Das ist auch kein Russisch. Das ist irgendwie... Keine Ahnung, was. Helmut, du hast Schottgen-Ammo? Schottgen-Ammo? Nein, ich hab Schottgen-Ammo und Jörp-Ammo. Super blöd. Super blöd. Ja, da ist es russisch. Ja, es ist russisch. Das war die Bestätigung, dass es russisch sind. Erik, was händer in der Loppen? Also, es war doch noch Tyska, oder? Du lösst ja typ so Tyska. Also, ich hab ja Tyska in... Ja, ja, ich hab ja Tyska in der Schule. Schnappi, das kleine Krokodil. Was? Schnappi, das kleine... Was sind deine Mädchen? Ja, kann doch sein, ne? Oh, drum drum. Was seht ihr da, ne? Auf jeden Fall, der Gerastung. Das Geile ist ja, ne? Was ich so geil finde, ne? Guck mal, wir reden miteinander und wir reden miteinander. Sollts wer eine Wand zwischen uns und wir dürfen nicht miteinander reden, so schickst du? Das ist so cool, ist das. Hallo, du lösst mich jetzt? War das laut? Hallo. Sollt ihr Deutsch? No, no, no Deutsch. No Deutsch. Ja, okay. Ja, ist ja geil. Ich schnappi, ich kläre die Krokodil. Yes, yes. Sind das jetzt so richtig? Ja, wir füllen ein paar. No Deutsch? No Deutsch. No Deutsch. Oh nein, ich schnappi, ich schnappi, ich schnappi, ich schnappi. Lebst du in Deutschland? Nein, so mit Amy ist gut. Oh nein, das ist geil. Ich verstehe mich aber ein bisschen. Ich bin schüttelbar, da ich war. Wie ist die in Deutschland leben? Wir zwei barnen. Ah, bo, ich bin schüttelbar. Warte mal, ich habe neue Vermutungen. What? Ich habe neue Vermutungen. Was glaubst du? Die Eltern mussten im Krieg ziehen wegen Ukraine, ne? Und jetzt sind sie in Deutschland. So lebt ihr. Kann ja sein, so Schexe. Kann ja sein. Hallo, hört ihr mich? Und deswegen so die Standards drauf haben. Ist aber nur eine Vermutung. Wahrscheinlich ist das nicht so. Hallo. 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 Hörst du mich? Äh, j-yes. Wo lebst du? Der Akzent ist, glaube ich, da. Wo lebst du? Hallo. Hallo. Lebst du in Deutschland? Ich schwöre, das ist mein krasser Kamerad. Frag dir mal, Tim, ob der in Deutschland lebt, auf Englisch. Äh, you live in Germany. A-Achtung, scheiße Kinder. Das ist so geil, ne? Ja. Ich weiß, ich weiß, wo die herkommen. Ich weiß, wie wir gerade sprechen für die Sprache. Aber die können was Deutsch. Bei uns, ne, kamen sie mal in Ukrainer zu uns. Oh mein Gott, gerne. Bei uns kamen sie mal in Ukrainer in die Schule. Und der konnte aber die Ausdruck und so. Den haben alle beleidigt auf die Schule. Aber der wusste immer, was das ist alles. Frag dir nochmal auf Englisch, der versteht das. Oh mein Gott. Okay, kann man nicht sehen. Nein, ich bin echt hellig. 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 So, sag jetzt, sag woher du kommst und es heilt dich nicht. Suckabit. Puta madre. Und madre. Was ich? Ich bin echt gut im Parking Channel. Was ich? Was ich? Moskau, Moskau. Was heißt denn, du, ich bin so richtig? Was? Was? Was ist? Was ist? Was heißt denn, du sprichst so russig? Äh, wie? Junge, ich kann mich aussprechen. Ja, was ist das für ein Wort? Was? 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 Was ist denn? Was? Was? Das war so geil! Die haben mich einfach verstanden. Die konnten kein Englisch. Scheiß egal. ich bin Lobby gegangen ich bin Lobby gegangen ich war eine geile Runde ich glaub die waren auch ganz ok nett ich weiß halt nicht was die gesagt haben aber die waren nicht das waren war nett gerne gerne ich fand das so geil das ist immer geil ich hab das so richtig gefühlt weißt du weil die haben so verstanden also nicht alles aber die haben etwas verstanden konnten auch deutsch aber haben ganz anders sprach ich glaub das war russisch ja das ist auch ehrlich das finde ich super cool wenn das dann irgendwelche Personen sind mit denen man sich dann aber ich meine so in russland und so da irgendwo in der ecke ich meine da sprechen die auch deutsch ich glaub das ist ja wie in deutschland musst du ja verschiedene sprachen machen entweder du nimmst das und das und das nein aber die haben sich angelegt dass wenn die acht oder so werden keine ahnung nur wenn du abitur machen willst brauchst du noch eine zweite fremdsprache also du brauchst deutsch natürlich englisch natürlich und dann kannst du noch eine oder zwei weitere aber eine ist für abiturspflicht dass du noch eine weitere fremdsprache machst ja ja aber ich meine so da irgendwo das was man in deutschland auch sprechen kann als unterricht lernen die da auch kann ein bisschen russisch so lass ja ich kann auch mit google übersetzer russisch alter das ist ja ganz einfach äh alpha max ne also der ist ja alpha max einfach hier google übersetzer nie im leben kannst du ein bisschen russisch so mal schauen ob hier der eine oder andere noch reinkommt dann wird die runde vielleicht nicht so langweilig wenn vielleicht noch ne person hier reinkommt aber es scheint wieder nicht der fall zu sein es scheint wieder so als wären das einzelne nicht wieso kommt jimka jetzt nicht aber da jetzt ist er da ich komme ich komme ich komme beruhigen sie sich so ein gang runterfahren aber ehrlich das bockt nicht wenn die nicht reden das bockt dann einfach nicht irgendwie so ich könnte jetzt schon wieder direkt verlassen ja 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 wär ich eigentlich dabei sag ich dir ganz ehrlich ja weil bockt nicht ne ich verlasse doch da ist doch einer drin wer denn war kurz einer ah nee geht's nicht mehr oder das sind die doch sollen wir raus war da grad jemand drin sollen wir raus Tim ja ja oder naja lass ne ja dann macht das ja echt gar keinen spaß ja das bockt nicht ja lass ihn mal wieder ja 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 das kann ich auch coca nova das ist das ist große kunst coca nova schreibe ich kann google übersetzer ganz viele sprachen sprechen alpha max das ist nicht schwer in dir ne genau samuel hat es auch der hat auch den trick erkannt er kann es moin der support ist da moin blaulis das ist der support das ist auch muss ich sagen ohne übersetzer okay das ist wie geht's wie steht's ganz gut ne alles wie beim alten und bleibt wie beim besten wer erwähnt was ich gesagt hab wir erleben jetzt ganz neue geschichten jetzt kommen zu viele nachrichten und ich kann das hier nicht lesen lesen okay hallo hallo wie geht's euch keiner sagt was so schock na was soll ich denn sagen hallo und was ist doch egal was deine rosa ist noch warum besser das ist ja eigentlich gar nicht lustig ne perfekt so lustig finden ja erstmal so jetzt wissen wir schon mal wie du heißt jetzt brauchen wir nur noch deinen nachnamen dann brauchen wir noch die stadt und den wohnort und dann noch deine hausnummer und dann die straße ja auch hier übertreiben ich kann eigentlich alles sagen naja das lassen wir mal besser also es sind 500 leute wo du wohnst einfach rum oder farbige von dahin ey warum wir jetzt auf einmal 500 war nur ein joke das spielt ja erstmal erstmal gar keine Rolle oder einfach nicht sagen und dann ist gut jetzt bist du ja denn 2 nein nicht wieder wie ein scheiß Gegner ja mann akku ja ey nun was ist denn das für ein spiel hier alter hä oder uns ist der ne pump ja hier ist ein pump also der liegt hier nur ne also der ist schon down es kommt doch einer alter Durch beide Wunschungen Ah, meine Hände, genau HH 501 Zuschauer Ja, perfekt Und ist das 501 Ich auch nicht Auf jeden Fall Nun was Hä? Ja Ich hab dich gar nicht verstanden, deswegen Auf was? Ja, also Meinst du, ähm Auf welcher Plattform? Ja Youtube Oh, musst dich doch kennen, alter Oder ich kenn nur Basti und so Basti der AG und so Nur den kennst du? Nein, auch Bangs und so Ich hab ihn sogar Bangs Ey, aber eine Person musst du kennen Die ist auch relativ berühmt Die guck ich immer gerne Kennst du irgendwie so einen Blacks? Oder so? Wen? Blacks? Kennst du wen? Boah, das ist ein Ritter, Junge Blacks? Ja Nee Nee Weil das ist jetzt was von dem hier Also ich feier den voll Ich feier den auch, übrigens Kennt ihr den nicht? Mach ne Ja Mann Jungs Mann, der darfst du da noch gerne Huh, er hat mich hinter der Wand Guck Na gut, den feier ich nur noch so Ja, halt die üblichen ne So wie ich einfach mal gesagt Potatoes guck ich auch gerne Guckt ihr, äh, den kenn ihr wahrscheinlich auch Ja halt ne, die üblichen Der fliegt doch einfach weg, ja, dann lass doch runter. Ey, aber eine sehr wichtige Frage, ne? Was? Was haltet ihr von diesem Leon-Team? Von dem was? Kennt ihr den? Ja. So, diesen, ja, so wie Hund. M-PC. Genauso, nicht anders. Ich hab nix anderes erwartet. Ja, also, ich hab nix anderes erwartet. Ja, also, der Mann kann man ja nicht. Der ist komplett laut. Warum satz jetzt alles rot, doch doch nicht? Wir wollen immer gucken so, weißt du was du denn sonst kannst, deswegen. Nee, 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 nee. Wir suchen aktuell noch einen Scroater, ne? Die beim Turnierteilnehmer, irgendwann nicht was. Nein, ach, nix, na gut, aber gib einfach dein Bestes, vielleicht stimmt das ja doch. Also, gibst du mal bei 1 500 Euro Turnier. nein das war ein kleiner spaß die katilung weiß eigentlich nie nur kohl über dich nicht da oben sondern in der box heißt du luka was hatten denn er gerade gesagt halt da war ich mir eigentlich so dass das ich glaube ich habe keine waffen bekommen wir müssen wir müssen irgendein die lavas ist schon übelst krass gestiegen ich versuche zu wegnügen weil es gleich ich komme auch mit ich habe auch die europäische die lava steigt auch so schnell früher war der modus einfach besser ja ja echt so hier liegt schon viel ich kann ich kann sogar erraten auf welcher plattform ihr spielt ja mach PS4 ja ich auf jeden Fall ja und ich ja mit 72 hier ist ja nämlich ein Witz ich spiele auf PS5 das war richtig ne kenn ich noch von früher bei mir war das auch mal so ich habe halt ein PC bekommen aber darauf würde ich ein Hardwareband von Fortnite jaja wieso das hast du gemacht das war das war ralexis papa da kannst du auch einfach nix zu robert mäd Wise alter was ist das denn ja scheisse ja super ja holst du ey was ist das du hast dein modus hier alter boah komm ich habe Geld lecker Alter, geh mal weg mit dem Scheiß. Ich wusste was. Hier hinten, guck mich. Ja, steckst du in so einem Scheiß fest, ey. Nein, das kommt hier auch noch Gegner oder wie. Oder wie sind wir jetzt noch so wie Booten, Digga, nie. Ja, und das war's. Ja, schon, glaube ich. Ja, das war eine gute Runde. Was? So, tschüss, ne? Hat Spaß gemacht. Hätten sie das gewusst, ey. Also, wenn du dich plötzlich zwei Zuschauer mehr hast, ne? Dann kann es passieren, dass die zwei ist locker, der, locker, einer von denen hat direkt geguckt, hundertprozentig. Ja, das war aber schon witzig, ne? Stell dir vor, die hätten jetzt gesagt, die hätten, also, die hätten mich gekannt zu Schicksal. Locker, also, hundertprozentig hat einer von denen direkt bei YouTube oder so geguckt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Der ist jetzt hier im Stream dann, weil das auf einmal hat sich ein Zuschauer. Aber. Kann der sein, aber. Kann der direkt mein Abo da lassen. Vielleicht, vielleicht hat sich da, ne? Jetzt hast du auf einmal acht, guck, die zwei sind drin. So. Äh, ja. Alexander, hatte ich dich nicht sogar schon einladen? Hat dich das nicht sogar schon gemacht? Also, ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass ich dich schon wieder einladen hat. Also, ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass ich dich schon wieder einladen hat. Also, sie sind mir zu tausendprozentig sicher. Ich hatte das auf jeden Fall gemacht. Ich kann das nach dem Live, kann ich das auch direkt machen. Ja, aber was ist los? Alphamax? So, ich muss jetzt erstmal hier mal kurz. Mein Gott, du redest die keiner. Hallo? Servus, servus. Wie geht's? Servus, Männer. Hallo? Alter, es geht ablauern. Was ist denn los? Hey, was ist los? Das gab er euch. Ja, das ist sicher. Super. Und selbst? Alles, alles easy. Boah, Jomo, wie alt bist du? 18. Da haben wir keinen. Doch, doch, du. 23. Yo. Das kann nicht sein, dass ich es nicht schaffe, in 2 Minuten durchzuhalten. Das kann nicht sein. Ich meine, ich bin nicht der Einzige. Guck mal hier, Mann, du. Ich halte dich mal. Scheiße hier. Ja, Männer, hier sind aber noch welche, ne? Scheiße. Was soll ich denn da haben, Alter? Ich bin auf Fick mein Leben, Alter. Was ist mit ihm? Fuck you. Schön. Ja, nirgends. Ja, nirgends. Nirgends. Hol den Pfeil mit Granaten, leck mich im Arsch. Lass mich, wo bist du? Da bekommt man gleich einen Hate, obwohl man nix gemacht hat. Auf jeden Fall. Shit mal, Alter. Ich hab kein Leben. Lass mal ruhig. Habt ihr eure Karten schon? Wer ist denn? Ist bestimmt nicht hier. Woher kommt ihr? Nochmal bitte, ich hab ihn hier gehört. Woher? Welches Bundesland? Woher kommt ihr? Bundesland? Was? Okay. Ehrlich? Ich schwöre. Geil, geil. Du auch? Nee, nee. Sondern? Hamburg. Hamburg. Also... Hamburg, Fischmarkt! Hamburg, das ist... Könnt ihr irgendwas Besonderes? Man soll ja nicht aufsteigen, das können wir. Nein, aber so... Habt ihr euer Talent oder so? Warum bin ich hier bei der SDS oder wie? Ich frag doch nur, Alter. Nein, nein, ich hab kein Talent. Ähm... Also bist du Hamburg-Fan, ne? Ich bin kein Hamburg-Fan, ne. So, was bist du denn für ein Fan? Gar, den Fußball interessiert mich nicht. Achso. Mich auch nicht. Ja, okay. Warum seid ihr... Was mach ich so als Beruf? Ich bin, ähm... Ausgebildeter... Nein, egal. Was bist du? Nee, nee, ist schon gut. Ausgebildeter... Nein. Noah, bist du noch da? Ja, ja. Nee, nee, ich kenne nicht, aber... Ich hab' nur gefallen, weil von ihm kommt nicht so viel, weißt du, wie ich mal? Ich bin Narkose aus. Geil. Ich schwöre. Wir müssen ab, wie was du abwürdigst, ganz hoch. Wie wichtig die Menschheit ist. Nein, ich will nicht so sagen, was. Ja, ja, ja. Was ich schwöre. Endlich. Eine Weißsagung, die sich auf keine Waffe. Hier ist auch kein Blut mehr. Die Lava steigt jetzt wieder. Sonst bereiten wir dich vor. Na doch, gehst du in die Waffe. Perfekt. Oh, der eine ist da hinten wieder. Ja, ich probiere irgendwie wieder an Waffen zu kommen. Alles gut. Ich brauche auch noch Waffen. Ich hab nur... Rom, warum macht ihr denn so? Ihr hört sich doch auch schon ein bisschen an. Ach, Helga. Scheiße. Ich bin in der Bio-Branche, Tadis. Okay. Bist du Landwirt, oder was? Ich bin noch in der Schule gefangen. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Nice. Ah, lass mal wieder zurückgehen, Alter. Wir haben nur seine Karte. Ja, ja, stimmt. Kein Stress da machen. Warte mal, wir müssen aber... Ich dachte, da oben hinzugehen, damit wir den noch holen können. Egal, ich mach das jetzt einfach mal so. Ich spreche da einfach mal rüber. Wobei, überlegen wir gar nicht. Du überlebst ja nicht. Ey. Ich baue mich da jetzt einfach mal hoch. Wo müssen wir denn hin? Ach, da, okay. Dann hol ich mal den Kollegen hier einfach wieder. Der Baum ist ein bisschen dumm. Ich wollte keine Metzen mehr schwenden, aber die laden sich ja sowieso wieder auf. Jetzt habe ich 25... Oh, jetzt sind die D-D-D-D-D-D-D-D. Scheißegal, ja. Muss man, bis der Spektrum entpult. Gut, der muss nein? Nein. So, dritter Versuch hier. Vielleicht schaffe ich das gar nicht. Ey, der wies gerade... Der wies gerade vom Gegner geheilt. So, jetzt vernünftig spielen. Ja, ich glaube, das ist... Januar, spreng dich mal an, Alter. Hä? Ich schicke gar nichts mehr. Oh, 10 AP, Digga. Der geht erst deck, der hier war, ne? Oh, da wurde ich gesniped. Scheiße. Ach, jetzt muss ich mal ein Sturm hier. Eieieiei. Was soll ich denn hier? Ja, Digga. Hast du ein Mad-Kitten? Ja. Ich muss aber jetzt... Der ist mal runter. Der ist mal runter. Ich muss hier. Eins muss selber kommen. Eins muss selber kommen. Wobei Lara kommt, ne? Egal, ja? Bist du im Sturm noch? Ja, jetzt ist scheiße. Wenn die... Wenn die... Wenn die Lava jetzt gestiegen ist. Das war nicht gut gedacht. Egal. Jetzt muss ich mich hier bei den Gegnern... Hier weiterbauen. Denkt ihm ab, ja? Ich will hier mit 10 AP die ganze Runde. Ah, ich muss jetzt halt Sturm aber schnell nach. Soll der Scheiß. Ich schaffe das auf jeden Fall, aber... Ich muss zu dir... Ah, junger Alter, was ist das denn? Bist jetzt ehrlich an dem Lava gestorben? Nein, Sturm, Alter. Er hat doch noch 10 AP. Du hast ja mal ein Mad-Kent drüber geworfen. Aber ich... Ich muss selber... Oh, ich hab nur nicht eingefangen gehabt, wenn er sich neben eins kriegt. Guck mal, wie scheiße der Modus ist. Soll ich mal ran? Die Runde, die Runde ist eigentlich schon verloren. Ja. Wieso? Du hast recht. Doch, eigentlich schon. Erklär mal. Ja, ich guck doch, der hat maximal 3000, der Rest hat 12. Gedreht, nächste. Ja. Sparte, ihr habt mehr geht. Schau dir mal meine Waffen an. Mega. Waffen, Grotten, schlecht, alles. Hä? Da sind noch viele Gegner. Ja, ich brauche mich noch an Weißer. Das ist ja so ruhig, man sagt dir nix. Alle Dätsen, da kann man nur bei mir nicht so sagen. Ich hab einfach gar keinen Soundeffekt gehabt. Ich geh mir selber pushen. Aber warum? Das ist wichtig, Gruppen. No. Schade, Mama Lade. Das ist ein Banymin, ist die Range. Boah, es ist wieder irgendein Spinner, die Bräuter. Ja, lass einmal lobilen. Ich glaub, das ist Lennart. Lass einmal lobilen. Lennart? Ja. Was für Lennart, junger Held. Hallo. Ah, nee. Ja, okay. Wat labert ihr denn da alle? Hallo? Hallo. Guten Abend. Pallmann. Und gut nach Hause gekommen? Ja. Joa. Normal. So normal ist das ja nicht, ne? Die Frau will das verdauen, aber warum hast du nicht die Blumen mitgenommen? Was hab ich? Die Blumen. Guck mal, na mal. Guck mal. Problem ist, heute geht nicht mit so. Oh, geht jetzt auf? Nee, das nicht. Aber es kommen gleich noch welche. So in zwei, drei Minuten. Deswegen. Achso, ja, okay. Ja, was ist denn noch zwei Minuten kurz? Dann kann man morgen oder so. Okay, ciao. Okay, ciao. Eifermax, das kann sein, dass ich das aus Versehen, dass ich einen Nike-Bot ausgestellt habe, weil der Nike-Bot gar keine Punkte bekommt. Tim, kommt noch jemand? Hä? Kommt noch jemand? Woher? Ich hab doch gerade gesagt, kommt noch jemand. Wer kommt denn? Also ich hab, also von mir aus kommt keiner mehr. Wohin? Ich hab doch gerade gesagt, geht nicht, kommen gleich noch zwei. Achso, ich hab euch gar nicht zugehört, was ihr hier gesagt habt. Weil ich hier nämlich, äh, Alphamax hat geschrieben, guck mal. Und ich hab die ganze Zeit im Chat geguckt, ob der irgendwas geschrieben hat, aber der meinte in der Rangliste, dass er nur noch zwei Punkte braucht, bis er den Nike-Bot überholt hat. Ich glaube, ich hab den Nike-Bot nämlich ausgestellt, weil der, äh, Alphamax kann ja eigentlich nicht mehr Punkte haben als den Nike-Bot, aber Nike-Bot schreibt ja auch gar nichts mehr rein. Was ist alles denn so über Streamlabs, oder was? Ich muss den Nike-Bot nochmal nur einstellen. Aber stell den erst ein, wenn, wenn der über den ist. Ja. Ja, na gut, da tut der Nike-Bot den trotzdem überholt. Es wird immer wieder mal was, es wird immer wieder mal Tage geben, wo Alphamax nicht kann, wo der Nike-Bot ist in vier Minuten oder so, ne? Ja, ja. Und der Nike-Bot ist halt immer direkt von Anfang an, so weißt du, der zählt halt nicht als Zuschauer dazu bei der, äh, äh, bei der Zahl, aber der ist halt trotzdem immer am da, äh, immer im Start 24-7. Hm. Weil es halt ein Bot ist. Guck mal, wie viel, äh, von deinem ist, ah ne. Haben die alle den Skin, den du hast? Ne, ne? Ne. So, jetzt. Das war Spiekana. Ja. Hä? Ich bin mal gespannt, ob noch jemand reinkommt. Also, kurz war ja jemand drin. Ich bin auch 24-7 da. Das ist natürlich sehr nice, freut mich zu hören. Aber, das weiß ich auch. Ist ja tatsächlich so. Hallo, hallo, hallo. Hallo. What's up, guy? Can you hear me? No. I can't talk with the motherfuckers, man. What are you doing, man? Kannst du Deutsch? No. Gut, Kano. Gut. Hey, people, go on the gut, Kano. Shut the fuck up. Was ist das für ein Spass, ein Kind, ja? Lass mal Leute rausgehen. Mit so welchen Leuten spiel ich nicht. Ne. Spiel ich, also, ehrlich, also mit so was spiel ich nicht. Was, ich komm rein. Ich weiß nicht, ob der Deutsch kann, dann sagt der nein. Aber sagt der doch. Ach, der, keine Ahnung, Alter. Wollen wir nicht verstehen. Dann tut irgendein Kind was. Dann könnt ihr ja auch mal im Chat schreiben, wie die dazu finden. Wenn Leute nicht reden. Und wenn die dann reden, wenn sie dann nur im Blei liegen sind. Weil das eine kleine Pisskind im Hintergrund schon wieder irgendeine Scheiße am labern. Ich versuche auch immer da zu sein. Ich hab schon wieder vergessen, was die Person gesagt hat. Das hab ich schon wieder vergessen. Ich hab ein Kurzzeitsgedächtnis. Nein. Aber das ist, weil es schon so spät abends ist. Ich hab schon wieder vergessen, was die Person im Hintergrund gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat die irgendeine Beleidigung. Was? Ich hab jetzt grad gar nicht mehr den Chat gelesen. Alles nochmal neu einschreiben. Ich liess mir den Chat aber auch jetzt bei einem Teams auch oft nicht durch. Haben wir mal nicht so einen genommen. Den übersiegt man dann auch. Oh, Digga, Alter. Wir haben jetzt auch schon hier, ne? Ich könnte jetzt stunden fänden gehen, soll ich dir ehrlich, ne? Zehn nach zehn. Ja, ich muss mal gucken. Ich denk mal. Zwei, drei Minuten. Bis elf, denk ich mal, Mario, auf jeden Fall. Bis wie viel? Bis elf, denk ich mal. Hatte ich eigentlich auch vor, aber das kann sein, dass ich halt eben schon um halb ausmache und dann nochmal sich so mit dir ausplaudern zu schächsen. Was plauderst du? Ja. Ah. Achso. Lass mal den Spielkanal. Boah, nee, Digga, wenn ich das in der Schrift schon wieder sehe, ne? Unser Mate kann einfach unendlich lange bauen. Was ist das? Hallo? 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 Junge, Alter, du hast auch ein Mikrofon an, Alter. Sag du einfach irgendwas. Hallo? 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 Hab mal am Maul. Hallo? Da sind wir verlassen. Ja, ja. Das hasse ich, das ist so... Das ist... Das sieht man ja alleine an der Runde wieder. Boah, jetzt ist fast meine Flasche umgefallen. Einmal noch. Einmal noch. So, jetzt erstmal wieder hier, Schatten. Mal gucken. Gleichstand. Sehr stark. Alpha Max. Das heißt, jetzt bist du der... Jetzt bist du der Ersten der Ersten. So kann man das sehen. Der Erste der Ersten der Ersten. Der Erste der Ersten. Der Erste der Ersten. Mit dem Nike Bot. Gleichstand. Aber guck mal. Alpha Max hat jetzt mehr. Und warum ist der nicht auf der 1? Hä? Weil der hat ja da reingeschrieben. Also der Streamlust hat ja reingeschrieben. Ja, die sind jetzt gleich schnammt. Aber der hat doch mehr. Guck doch mal auf die Zahlen. Nein. Da steht doch 2018, 2018. Ja, und danach Komma 2. Und der hat Komma 3. Na, das ist das Komma, das steht halt einfach nur auf dem zweiten Platz, das ist Alpha Max, auf dem dritten, das ist das 6. Ah, okay. Das ist aber den anderen, das ist 7, 8, ja, das ist 6. Aber das ist, das ist wegen dem Komma, ja. Das ist völlig verwirrend. Deswegen ist so die Klammer, damit das Komma getrennt wird wahrscheinlich. Geil, das Spielen kann neu genug werden. Komm, bestimmt noch. Doch, da ist einer. Hallo? 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 Was geht denn hier ab, Alter? Können die wieder nicht reden? Nee. Oh. Guck mal, die haben alle Mikrofone an, ne? Die haben alle Mikrofone an, das ist korrekt. Oder die sind alle gestummt oder sowas. Oder weißt du, weil das abends zu laut ist, tun diese Kopfhörer reinschnecken, damit kein Sound ist oder so. Oder damit alles dann so schön leise ist. Ich weiß auch nicht. So, ich stelle mir jetzt ein Timer, ich sage, die Runde geht nicht länger als 5 Minuten. Boah, kein Timer stellen, da 4 Minuten geht, 2 Minuten reichen. So ein Spaß, ich hätte wieder landen und ihn drauf gehen. Meinst du 5 Minuten zu viel, oder? Ja. Schau dir mal an, wie viele Gegner hier mitkommen. Ich drehe mal 3 Minuten runter. Ja. Ich lande jetzt direkt mit Pum. Jetzt gehe ich hier direkt mit Pum. Ich bin schon einer mit einer Pum kann. Ich bin fast dead. Ja. Dead. Ich habe ernst gespielt, ne? Nein, ich finde nicht. Das stimmt. Doch, ist schlimm. Macht 2 Minuten, habe ich. Boah, ich leb noch, Alter. Ich leb noch. Immer dieses Lamm, wenn ich direkt drauf gehen. Ja, Mann. Ich gehe gleich so fett auf safe. Aber der war aber auch scheiße. Guck mal, ich leb noch. Könnt ihr erstmal was sagen, Alter? Die werden sicher nichts sagen. Wenn die jetzt irgendwas sagen, Digger, kriege ich 500 Euro von mir. Hättest du 20 Euro gesagt, dann wäre das noch realistisch. Bei 500 Euro, da sagen sie erst recht nichts. Wieso das denn nicht? Ich würde euch was sagen. Wir haben dich schon so spiel. Guck mal, keiner geht dich heilen. Was für Typen, Alter. Vielleicht kommen wieder die Lava und dann hast du schon wieder keine Waffen. Ey, Alter, was ist das denn, ja? Was ist das? Die reden ja sowieso nicht. Ich habe verlassen. Das ist egal. So, moin moin, Star. Ich habe dich vorhin auch schon gesehen. Ich glaube, ich hatte dich aber nicht gegrüßt gehabt. Moin moin, YouTube Julian. Moin moin. Da ist er. Da ist er. Alpha Max ist neuer Nightbot. Das stimmt. Er ist einfach der Beste. Er ist es einfach. Er ist der Auserwählte. Der ist der Auserwählte Nightbot. Der übernimmt jetzt die Chatrolle für Nightbot. So. Ich stelle mir jetzt ein Ziel. Mein Ziel ist es. Ich stelle dir ehrlich, Alter. Ich stelle mir in den Lava landen. Ja, am besten bleib ich auf jeden Fall mit Hängegeistern in der Luft. So, weißt du? Dann kommst du an, wenn die Lava schon überall ist. Ja. Dafür kann ich nicht länger mit Mates reden. Sie nicht reden? Dann habe ich Langeweile. So, wie lange noch? So ungefähr 15 Minuten noch. So um den Dreh. Oder eine gute Runde. Ja. Sagen wir mal, das wird ne gute Runde. Also entweder eine gute Runde oder noch 30 Minuten. Guck mal. Ey, 2 Minuten schlechte Runde. Dann muss das Doppelte ja so ne okaye Runde sein. Das heißt, dann sind 4 Minuten okay. Und dann 8 Minuten, so schäckst du, ist dann ne gute Runde. Das ist schon zu lang. Aber 8 Minuten, gute Runde dann. Das heißt, die Runde muss 8 Minuten gehen, damit es ne gute Runde ist. Ich war heute übrigens wieder Friseur und hab mir wieder hier Bass-Cut gemacht. Boah. Boah. Ich weiß nicht, dass ich ihn mal erziehen oder hat. Die riechen, weißt du? Die kriechen jetzt so über den Boden und dann sagen die was. Ich will nix sagen. Ich hab direkt goldene Waffen gesehen. Alles. Ich hätte Baba Ludger. Aber jetzt? Das ist ja mega schlecht. Das wäre ein Sieg geworden. So, wir sind heute wieder nicht einmal ins Endgame gekommen. Trotzdem freut mich jetzt wirklich, dass heute wieder viele am Start gewesen sind. Ich hoffe, dass wir waren teilweise unterhaltsam. Ich mein, wenn man die ganze Selbstgespräche führen muss, weil keine Sau redet, dann ist es auch ein bisschen, na gut, Selbstgespräche führe ich ja nicht. Ich spreche mit dir. Und mit dem Chat. Also es fühlt sich an wie Selbstgespräche, wenn ich Teamspiele und nutze, wenn ich dann nur mit dir rede, fühlt sich an, als wenn ich mit mir selber reden würde. Das ist das, was ich sagen wollte. Weil man dann irgendwie so, ne? Genau. Weil ich spiel Duo, okay. Aber wenn ich Teams oder Trio spiel, dann verlange ich doch wenigstens, dass die reden, oder? Ja. Also ist doch auch nicht viel, was man verlangt. Das ist auf gar keinen Fall viel. So, kurz geht raus, dass wir die 10 Likes auf diesem Live hier geschafft haben. Kurz geht auf jeden Fall raus. Wir sind auch heute, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, noch gar nicht so lange live. Gestern lag ich noch flach im Bett. Na gut, gestern ging es mir schon ein bisschen besser. Aber vorgestern und so, da lag ich noch flach im Bett. Da hatte ich Rückenschmerzen. Ja, hatte ich auch noch nie. Richtige Rückenschmerzen. Kopfschmerzen. Fieber. Äh. Schnupfen, nein, nicht gar nicht, hußen, nein, nicht gar nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit war. Wo auf jeden Fall ging es mir jetzt nicht gerade gut, ne? Oder wie sagt man, mir ging es nicht gerade blendend. Blenden denn? Na gut, wir gehen zum Spielkanal. Wie bevor ich jetzt, ist natürlich wieder keiner am Start. Evoprofen, die nur meins. Also es war ganz so gut, dass du noch nicht da warst, ne? Ich hab's teilweise gehört, ne? Nee, ähm. So. Nee, ist egal. Ist gerade was passiert. Okay. Was sehr laut war. Okay. Da lass sie irgendwie hin. Guck mal, guck mal, wo der markiert ist, wenn ich zum Schiffen gehe. Na komm, lass verlassen. Wieso sollten wir überhaupt drin bleiben, wieso schwex? Lassen wir. Du hattest heute einen Termin gehabt, deswegen konntest du dich live gehen. Ja, ich hab am Dienstag einen Termin, aber da, äh, am Montag hab ich auch einen Termin, aber da werde ich trotzdem live kommen. Kommt alle Brawl Stars und sagt ID? Ah, hör mal. Meine ID ist 736. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt ehrlich? Ja, ich schwör. Nee, wenn ihr Jean-Lucer endtut und der die einladen tut, wenn ich mit Jean-Lucer spiele und irgendein einlädt, dann auch mit mir. Kein Problem. Gebt einfach die ID ein. Ja, na gut, das stimmt auch, Alphamax, ne? Da muss man sich vielleicht was überlegen, ne? Ob man da vielleicht etwas an deinen Rechten ändern muss, ne? Da hast du schon recht. Das wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Bin ich ehrlich. Ich mein, wenn man da sogar besser ist als wie der Lightbot. Das heißt vielleicht etwas. Das heißt etwas. Neuer Twi. Servus. Neuer Twi beginn. So. Hier noch ist keiner drin. Aber es ist dann auch noch nicht im Game drin. Ich bin schon im Game drin. Aber die noch nicht. So. Ein Versuch ist es wert. Ja, voll. voll Michael und ist geliebt die die wir gehen hier draußen was sie im Anwesen einer aneinander sind das ist Prozent vom ebenso also die haben mit Grundlern sind aber einen anderen Kanal das Leben letzte chance jetzt sonst ich möchte ich möchte auch eine person eine jahre mit denen mit denen wir sprechen können so dass sie zu den enden die personen die wir jetzt bekommen wenn das jetzt kein älterer ist sondern so einer im gleichen alter dann lassen wir so richtig verarschen obwohl ich das nicht machen das ist ganz normal aber das ist das muss ein geiles ende sein so besser weil so du kannst dich einfach so jetzt eine runde starten und dann verlassen und zu ihm aus ja okay ja ist auch nicht gerne sowieso samuel trotzdem sehr schön dass du heute wieder so lange am start gewesen bist wieso du sieben abonnenten das kann ich dir nicht sagen dann geht das hier schon zur eigenwerbung ja teilweise schon aber das ist auch ein top supporter da kann er das ruhig mal fragen es ist so traurig sondern geld für mikrofon hat das ist so traurig alter ich schätze ich kann eigentlich jetzt schon verlassen als wenn ich jetzt noch was tut zu schätzen da komm lass verlassen da kommt nicht mehr viel nein 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 da kommt nicht viel das stimmt auch ja freut euch doch einfach mal andere haben gar keinen Ich dachte gerade, wer redet denn jetzt? Alter, ich dachte gerade, wer ist das denn? Ja? Weil er ist nicht so, wer ist das denn? Weil ich hab auch so die ganze Zeit geguckt und so, hä? Ey, wir sind unsere zweite in der Lobby. Ja, jetzt ehrlich? Ja, ich schwör. Weißt du, ich hab den Song geschrieben, dann wird der mir geklaut. Der Song ist einfach bocken. Der Song ist 1A. Ich kenn nur die erste Strophe oder so, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ist egal. Burger Pommes auf die 1, stecken Burger in die Pommes ein. Und dann mehr weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Dann denkt man sich einfach irgendwas aus, zum Beispiel. Lalalala. Nee, komm nicht gut. Warte mal, ich versuche mal mit dem Rhythmus. Burger Pommes auf die 1, stecken Burger in die Pommes rein. Weißt du nicht, ob das richtig ist? Aber was soll danach kommen und wie kann man überhaupt so einen Scheiß-Leak schreiben? Da müssen wir mal Tom fangen. Ja. Sogar, sogar deins ist besser. Ne? Das mit... Ah, die sind da. Ja, wir sind da. Hippie, hippie. So, aber jetzt hier sind die erstmal da. So, hallo? Hallo? Endlich, Alter. Wie ohne Zeit. Ich schwöre ja. Wie jetzt seid ihr? 14. 16. Stark. Und ihr? 23. Stark. Und das hier nubbelnde Waffen. Ah. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Keine Waffe in der Ruhe, Alter. Gott sei Dank. Egal, ich hab, man hat seine Karte direkt. Ey, was ein Camper einfach. Ohne mit dem direkt. Ich hab's nicht gekonnt. Alter, gib mal B, Alter. Ich denke, ich hab's mit mir gehört. Egal, das sei es mal hin. Rüchte doch. Was soll ich denn mit 30 AP? Oh, Nama. Ah ja, den hab ich gekillt. Die werden natürlich jetzt kommen wahrscheinlich, aber juckt nicht. Hier sind zwei Spiele. Ah, Mann. Wie kann man die teilen? Dann nimm die und geh erstmal weg. Ja, und hier sind auch Krieger. Wo sind die? Die klingt wie drei. Wer klingt wie drei, Alter. Was war das? Tim, geh doch bitte weg, ja. Du hast doch eh die Karten. Kannst du nicht weggehen? Okay, jetzt bin ich der. Ey, jetzt findet man mal richtig die Reden, oder? Fuck die Scheiße so scheiße, Junge. Ich bin tot. Geh einfach weg. Ja. Einfach weg. Ich guck einfach. Ich geh hier vorne hin. Ich hol euch da erstmal. Wir müssen auch gucken, Lava steigt jetzt auch, ne? Dass sie überhaupt noch muten können. Jetzt reicht. Ja. 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 Ich hoffe, da sind keine Gegner. Und hier ist noch ein sehr viel Mut. Ey, hier hättest du die Truhe geöffnet hättest, ne? Da ist noch so viel Mut. Ich muss auch noch ein bisschen muten. Ast rein. Oh, da komm ich. Dankeschön. Wieder als letztes. Ich werd immer als letztes gespawren, Alter. Egal, ist nicht so schlimm. Weißt du, weil das... Das Beste kommt zum Schluss, so Scheiße. Ha? Das Beste kommt zum Schluss. Das sind Zeichen. Hä? Ich häng hier einfach fest. Warte mal. Jibka, kannst du einmal kurz kommen und gucken, wie das aussieht, wie ich hier drin... festhänge? Ist komisch, oder? Warte. Kannst du dir später angucken. Sieht ganz normal aus. Ey, sammeln viele Mets, ist okay? Machen wir. Ja, ich meinte meine Cousine... Ich hätte gerne eine andere Pump. Obwohl, die ist eigentlich auch okay. Die Drei-Schüsse-Pump. Die gibt's dann hier auch, oder? Weiß das gar nicht. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Also, du kannst anfangen mal im Shit gucken, da steht das drin, wie das richtig heißt. Nein. Was denn? Ich hab mein Mets in der Lava verloren. Egal. Ist einfach scheiße, ne? Ach, nein. Ich hab mich hier auf die Kiste drüben. Oh, ruft. Erinner mich das. Oh, da fass es nicht. und gegner die gegner lasst lüften zu risikoreich wenn wir wenn wir getrennt sind es kommt mal hier die mann mit auch schon die mann und wie schild aber schilden ist wirklich wenig nur ein einzelnen ganz ehrlich jetzt und mit lava ist das anders was man hier auf insel wurde mal das war schon da sind wir noch nicht so um deswegen schick egal die sloten da die ganz leute machen müssen wir nicht sniper ist auch so okay hier drin ist gefühlt leider nur das Segen-Sniper-Niveau finden kannst in dem Modus dann wüscht ihr mal hier rüber ich kann's nicht nehmen du ja okay okay ey die Hobbymusik die Gegner sind da hinzu warum kommt die nicht zu uns nein wir müssen nicht in der Zone Lava steigt Lava steigt jetzt müssen jetzt müssen wir hier einfach alle bauen einfach hier so ein bisschen aber mittelbar nicht so viel weil seine Messer fühlt sich automatisch aber ja wer da ich hab habt ihr sehr viel mit alter wie denn ja die Junge was sollen die scheiße scheiße wie können die auf einmal da sein ja keine Ahnung er hängt einfach bitte bitte hol ich ihn erster Wundenschutz hätte ich ihn geholt ich hätte ihn so fett gefilischt ne war so fett das war's die holen dann noch nein schaffst du die holt die Runde noch Lava und Sturm kommen jetzt das war's das war's ich bin ich bin wunderschlafen das hat ich bin das egal ich bin egal ich bin schade Ich glaub, ich glaub, ey, das kannst du gerne erzählen. Ich glaub, die war so unter Schock, dass sie einfach gar nichts gemacht hat und sich einfach, ich sag da sogar noch, jetzt kommt die Lava und der Sturm ins Spiel. Die bleibt einfach in der Box und macht einfach nichts. Scheißegal. Messi bitte. Am Ende muss ich sagen, immerhin, was die gesprochen haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wusste ganz ehrlich, was ich sagen soll, weil irgendwie die Stimmung, die war total scheiße, bin ich ehrlich. Die Stimmung war, wie Baerbock sagen würde, 1000 Kilometer weit weg. Ich find das ist bei Mädchen immer so, Alter. Die reden übelst leise, wenn die irgendwie... Ja, ja. Also untereinander immer voll laut, wenn die so alleine sind, aber wenn die dann in der Lobby mit Jungs kommen. Hallo? Ja? Alter, du hast ja noch gehört, oder was? Ich geh mal schlafen, gute Nacht. Juhu, macht das bloß, was ich geh da hier auch hin, Juhu, ich bin seit 4 Uhr wach. Oh, kein Bock mehr. Bock mehr. Ah. Na, aber die Stimmung, die war schon mieskacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Der, die sind 14, Alter. Was verlangt man da? Ich musste kurz, muss ich gucken, ob wir uns nicht doch auf dem Friedhof befinden, ne? Die Stimmung, die war todesleise. Das war schon... War egal. Oh, ja. Am Ende bin ich auch nur dort geblieben, weil ich gedacht hab, vielleicht könnten wir am Ende noch einen klären, aber gut nix. Hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich schon von Anfang an direkt verlassen. Ist natürlich ein Spaß, ne? Du weißt ja, so eine Fortnite-Freundin wäre doch mal was, oder? Genau sowas, genau sowas ist top. So eine Fortnite-Freundin. Versteht ihr, Schatz? Versteht ihr? Ja, Mann. Versteht ihr mich? Ja, oder? Das ist doch das Beste, oder? Das Beste, was... Wir verstehen dich. Gibt's dann in Fortnite sowas hier? Warte mal, muss ich einfach raussuchen hier. Nicht Roblox, nicht Roblox, sondern hier, Fortnite, FN. Fortnite, Fortnite ist das Beste. Gibt's dann hier sowas? Genau das. Genau das. Genau das brauchen wir hier in Deutschland. Genau das. Nix anderes. Wir brauchen alle eine Fortnite-Freundin. Ihr wisst gar nicht. Wäre ich nicht leicht gewesen, hätte ich direkt gefragt, wo die wohnt. Ist natürlich nur Spaß, ne? Ist natürlich nur Spaß. Nicht falsch verschieben. Was, ne? Ist ein... Verheilmix uns ja gerade etwas. Ja. Na gut, hab ich ja gerade gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Meldet euch gerne bei Blacks. Privatchat gibt's natürlich auch. Aber da kommen natürlich nur noch ordentliche Sachen. Ich hätte auch meine Nummer gegeben, ne? Aber nicht, wenn ich live bin, ne? Dann habt ihr die auch, ne? Ja, das ist natürlich ja ein bisschen los, ne? Aber jetzt, ne? Würde ich auch an dieser Stelle den live wenden. Ich auch. Blacks ist jung gestorben. Ja, das kann so gut sein, ne? Ne, hoffen wir mal nicht. Aber der wird nicht gestorben sein, sagen wir es mal so. Hört sich cool an, wenn wir sagen, hoffen wir mal nicht. Hört sich das so an, als hätte der ihn. Tschö, tschö. Na gut, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns morgen wieder. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich muss doch gucken, ob wir morgen Realmen zocken oder morgen FN wieder spielen. Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, Random 4 Teams hat U-Bills gebockt. Spätestens werden wir dann übermorgen wieder Realmen zocken. Ja. Aber Tim konnte sich leider keine klären, oder? Der ist ein bisschen traurig drüber. Deswegen. Morgen wieder nächster Versuch, bin ich ganz ehrlich. Das kann nicht so weitergehen. Ich bin schon deprimiert. Ich habe mir noch keine Hilfe gesucht. Nein, Spaß. Darüber macht man keine Witze. Schäme dich. Nein. So. Tschüss. Ciao. Haut rein. Euer Blex. Ciao, ciao. Tschö. 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 Tschö.